Mhhdaaaa Bro Bashollo was Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme folge Heute spielen wir wieder Battlefield Online mit dem Progo LP Willkommen zu einer neuen Folge in slow motion mit dem Liebker Alter Schieß, schieß Komm, schieß Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, der war hinten Asshole Der wird schon weg sein, ne? Ja, egal Bei mir ist wieder Bei mir ist ein bisschen am Backen Weil Alles klar, bei mir ist am Backen, Leute Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Bitte habt das gesehen Ihr habt das gesehen, ihr habt das gesehen, also war nicht meine Schuld Ich hätte ihn doppelt gekillt Aber diesmal, ihr merkt es schon Killcamp zeigt auf ihn Das heißt, wir spielen nicht Hardcore Weil der liebe ProGlp wollte das ja so Und weil heute sein Geburtstag ist Dachte ich mir so Naja Warum habe ich den nicht getroffen? Schau, es ist ein bisschen Junge Junge, ich treffe nichts mehr Junge, ich treffe nichts mehr So, den Äh, tschüss Panzer Ich dachte schon, wir wollen abstauben Also Ich wär da Ja Bei mir ist ein bisschen am Backen Das liegt wahrscheinlich gerade wieder am WLAN Oder vielleicht auch am Server Ich hab wirklich keine Ahnung Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ich komm nicht von der Stelle Ich komm nicht von der Stelle Seht ihr Keine Ahnung Wir haben aber schon zwei Kills Das ist das nicht Alter Ziel Bravo wurde erobert Seht ihr das Jungs Das ist unmöglich Ja egal Ich hab's auf Aufnahme Ich hab's auf Aufnahme Ist mir egal Ihr habt gesehen Der wär Der wär jedes Mal Der wär jedes Mal gestorben Da brauchst du kein Kein riesen King zu sein Um das zu wissen Die Kontrolle über Einsatz Ziel Bravo verloren Ne das geht nicht Äh So können wir nicht Weitermachen Ich komm ja nicht weg Also Ich würd sagen Das war's für die Folge Spaß Wir werden hier halt Jetzt 15 Minuten rumbacken Wird sich nicht lohnen Kann man nichts machen Weil das scheiß Server oder Keine Ahnung Hab schon Die löst sich auf Schaut auf jeden Fall bei ProGoy vorbei Ihr seht's ja Ich kann gar nichts machen Ich kann wirklich gar nichts machen hier Ich muss jetzt dann mein WLAN neu starten Schaut da läuft ein Gegner Ich kann den nicht schießen Ah es funktioniert wieder Nein es funktioniert nicht Nein es funktioniert nicht Ich dachte es funktioniert wieder Aber nein es funktioniert nicht Okay doch es funktioniert ein bisschen Komm schon Ah da bist du Non scopen No one scopes in this mission Wir haben ein neues Visier Ihr seht schon Wir haben die Sehfarbe Das ist wegen China Die haben bei mir blau Die Russen haben weiß Können wir ja mal schauen AK zum Beispiel Das weiß Schnee So kann ich mich ein bisschen orientieren Welche zu was gehören Wisst ihr Die können wir ja tanieren Die ist richtig scheiße Darum nehme ich die jetzt Wir haben ein Jet Wenn das Spiel nicht so am Backen wäre Würden wir jetzt Ribbons nach Ribbons bekommen Aber Da es doch Am Backen ist Und Ja So Ja Ja Heute Abend Machen wir Ja heute Abend Lowlife Wenn du zwischen Wenn du zwischen Wenn du zwischen 18 und 13 Zwischen 18 und 4 Uhr morgens online bist Irgendwann mal Dann ist das okay Dann können wir machen Loll Warum hat er verlassen Warum hat er verlassen Ich konnte in dir weg verfallen Das muss ja nicht Warum hat er verlassen Wer hat gerade die Kontrolle über Einsatz ziel Charlie verschont Bis auf das ist ein Panzer Zukunftliche Projekte starten deinen Modpack auf dem PC Der hat es bei Mein PC ist wieder Pass auf Mein Kill Arschloch Ja das ist so ein Flexalter Pass auf Drrrrrr Ja eben Aber es ist Pass auf zu mir Es funktioniert jetzt bei mir Bei mir ist jetzt nicht mehr Bug Bugging Fucking Bugging Wie ihr wisst Das ist unser wunderschönes Event Wir werden von Battlefield Jede Mit spielen Jede Jede Bis ich wieder Premium hab Dann jeder Jetzt weil nur die normalen Weil die haben es mir gelöscht Ja erstmal alle Hauptmaps Das wir die mal abgeschlossen haben Und dann gehts weiter Ich bin zwar noch ein bisschen am Backen Aber es geht Es geht Es ist okay Für das was dass ich mich vorher gar nicht bewegen haben können Ist jetzt cool Leider wisst ihr ja normalerweise spiel ich Nur Hardcore Aber ich Ich finde es okay Aber wenn Progo das so will Okay jetzt Jetzt Ja ich Ich weiß gerade Hehehehe Catch me if you can Catch 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 me if you can Hehehe 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 Da oben Zwei Headshot Squat ausgelöscht Hehehe 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 wir können wir können nichts machen schau ihr seht es bei mir ich fliege vorwärts fliege aber rückwärts grad und fahr die ganze zeit am boden an circa es geht wieder es geht wieder es ist wieder kubinger ja okay das war es ja